Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Heute ist es ja mal von Minecraft. Ich starte einfach mal eine neue Welt. Ich nenne sie 11.1 einfach. Ja, ich habe vorhin schon extra alles eingestellt. Deswegen starten wir einfach mal. Ja, also auf jeden Fall, das Spiel gefällt mir sehr, sehr, sehr doll, weil es macht einfach Spaß. Ja, und bald kommen schon Hexapacks und ganz vieles anderes und das würde ich mir dann sofort holen. Ja, und ganz viele Leute haben das Spiel ja noch nicht. Und ich muss nur sagen, holt es euch, sonst gibt es es bald nicht mehr und dann seid ihr dran. Also, ja, also auf jeden Fall, ich werde auch online spielen und dafür wollte ich mal mit anderen auch spielen. So, also auf dem Server einfach, von mir auf dem Server. Ja, weil ich wollte auch mal auf dem Server eine Stadt bauen. Ich habe ja schon auf dem Server angefangen, eine Stadt zu bauen, aber das habe ich nicht aufgenommen. Ich und meine Freunde haben das angefangen, aber auf jeden Fall, ich werde auch noch weiter bauen. Und wer will, macht einfach Freundschafts- und Frage an mich. Ja, ich werde die paar nächsten Folgen euch nochmal sagen, ja, wie ich auf der Playstation heiße. So, hm, also als erstes will ich erstmal gar kein großes Haus machen. Erstmal ein kleines, danach werde ich es vergrößern. Das ist eigentlich mein Hobby, Sachen zu vergrößern. Oh, gut, Essen. Ja, auf jeden Fall, ich werde noch, ja, ich werde noch Hunger Games und so machen. Und wenn es euch gefällt, macht auch nach oben, dann mache ich es öfters. Okay? Ja. Hm, aber eins hasse ich nur in diesem Spiel, dass die Wölfe mich immer angreifen, wenn ich sie einmal schlage. Und das finde ich schlag, ich sehe ja so gerne. Hm, da kann man leider nichts machen. Puh, auf solchen Gebieten kann ich locker kein Haus bauen. Und ich brauche gerade Fläche. Oder ein bisschen gerade, aber niemals so wackelig. Ja, okay, sobald ich Eisen habe, werde ich dann nochmal Eimer machen und so. Und ihr könnt schreiben, was ich noch alles bauen soll und so in die Kommentare. Okay? Bitte in die Kommentare mal schreiben. Oder wenn ihr mal mit mir spielen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Hm, dann lade ich euch mal vielleicht ein. Ja. Hm. Da sind Schafe, die werde ich erstmal töten. Ich bin ein Hobbykiller. Ich werde auch nochmal von Call of Duty MV3 aufnehmen. Ja, weil ich das Spiel habe und ich es liebe. Weil es einfach nur bockt. Ja. Und weil der Schottgang, die bockt einfach. Hm. Ja, aber... Minecraft mache ich fast nur noch. Hm. Ich sehe nichts mehr da. Ja. Ich hasse das einfach, wenn die Schafe dann zu schnell sind. Hm. So. Ähm. Ja. Ich mache auch mal, wenn Mods rauskommen, werde ich auch mit Mods, ähm, werde ich auch Mods anmachen. Hm. Hm. Dass ich auch mal Jets machen kann oder so. Wenn Jets dann schon gibt's, dann werde ich automatisch schon Jets machen. Hm. Hm. Ach ja. Und wenn ihr glaubt, ich cheate, ich meins ernst, ich cheate wirklich nicht. Weil Cheaten ist einfach nicht mein Hobby und ich finde es einfach dämlich. Und wer cheaten mag, ist einfach, ja, wie soll ich's nennen? Cheater. Hm. Hm. Also auf jeden Fall, ich, ja, ist nicht, also ihr könnt auch ruhig schon reinschreiben, ob das Let's Play nicht so gut war oder schon, weil das ist ja eh mein erstes. Also schreibt einfach rein. Ich, ja, wird euch mal die nächsten paar mal sagen. So. Einmal das. Spend. Spend. Und so. So. Also erstmal mach ich jetzt mit Holz das. Fertig. Ich brauch noch eine zweite Workbench, dass das nicht so hässlich aussieht. Hier mach ich noch zwei Ofen. Ja. Das ist die Erde, brauch ich gar nicht. Was will die bei mir? Hier, ich spende. Egal, ja. Hm. Ähm. So, so. Hier muss ich dann irgendwie was zu machen. So. Hm. So. Hm. Hm. So doch nicht. Egal. Hm. Hm. Vielleicht ist das ein bisschen hell auf YouTube, weil bei mir ist Licht an. Das könnte echt stören. Das könnte echt stören. Also. Einfach in den Kommentaren schreiben. Ich mach es so wie es dir sagt. Ja. Man merkt das, dass es in der Ecke sehr hell ist. Dass es in der rechten Ecke sehr hell ist. Hm. Ja. Egal. Hm. Ich brauch eindeutig immer ganz viel Holz. Wenn ich ein Haus baue, werde ich es einfach immer größer bauen. Und das finde ich einfach... ...komisch. Ja. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ich noch spielen soll. Also, was ich noch aufnehmen soll, wenn ich spiele. Aber ich werde nur das machen, was ich habe. Okay. Keine. 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 Oh, ich hasse diesen Schrank bei mir. Megatron, Spaß. Das da ist ein bisschen zu hoch, deswegen gehe ich mal hin. Warte, ich bin gleich wieder da. Entschuldigung, meine Kamera ist umgekippt. Ich muss das bisschen festmachen. Okay, ich bin wieder da. Eben ist ein Freund reingekommen, der wollte mit mir spielen. Aber nach dem Let's Play lade ich ihn ein. Auf jeden Fall, ich brauche noch mehr Holz. Mein Bett packe ich hier mal hin. So, ich muss erstmal was essen. Eichelholz mache ich ja meistens. Ja, wenn es dunkel wird, muss ich mich einbauen, weil Monster an sind und ich weiß nicht auf was, schwer oder so. Eigentlich wollte ich schon gestern Let's Plays machen. Aber da war das irgendwie schwer wegen Headset und alles. Und dass ihr dann nicht meine Freunde hören könnt. Und deswegen haben wir das lieber nicht gemacht. Und deswegen mache ich heute alleine. Also dieses Holz mache ich für den Boden erstmal nur. Und ja, ich renne gleich in meine Wohnung, weil ich habe keinen Bock von Monster gejagt zu werden. Ich bin ganz gut schlafen, die können nichts machen gegen mich. Das ist cool. Guck. Hm. Und ich dachte ich wäre jetzt schon tot. Egal. Das nennt man gutes Glück. So. So. Nein. Das hier brauche ich mal kurz ab. Ja, so werde ich das dann machen. Ja, perfekt. Jetzt mache ich erstmal noch daraus ne Tür. Das würde reichen. Aber ich muss noch eine haben. So. Und jetzt mache ich erstmal noch daraus ne Tür. Ich mache das so. Also auf jeden Fall, ich kann keine hässlichen Häuser machen. Innen kann das hässlich sein, aber von außen. Den Eingang muss ich irgendwie immer schön machen. Ich kann nicht anders. Deswegen finde ich das ein bisschen verrückt. Ja. So. Hm. Ja. Hm. Ja. Ups. Irgendwie finde ich das Holz auch ein bisschen schön. Aber ich muss die Erde damit machen. Also. Ja. Also. Wir sehen uns das nächste Mal. Okay. Ciao.